Dann zu unserem Thema, Charles Darwin. Auf die Frage kommen wir vielleicht ganz am Schluss nochmal zurück. Ich möchte einfach zuerst mal Charles Darwin als Person und auch die Entstehung seiner Abstammungstheorie, seiner Selektionstheorie, Dissendenztheorie, wie er sie selbst nannte, später auch Evolutionstheorie, der Ausdruck stand nicht von ihm selbst, wie es dazu kam. Es ist ja das Darwin-Jahr, so wird es ausgerufen. Darwin selbst ist am 12. Februar 1809 geboren, wäre in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden. Und sein Buch, was diesen Umbruch, den Durchbruch dieser neuen Lehre bewirkt hat, das Buch über die Entstehung der Arten, das ist am 24. September 1859 erschienen, also heute vor 150 Jahren, gleich ein doppeltes Jubiläum. und deshalb das Darwin-Jahr, deshalb in vielen Medien auch das Thema Darwin. Charles Darwin. So, das ist das Schiff, auf dem er seine bekannte Weltreise unternahm, die Beagle, ein Schiff der britischen Marine, ein Vermessungsschiff, Nussschale eigentlich 27 Meter lang, aber immerhin 65 bis 70 Mann Besatzung darauf, mit dem Auftrag, die Küsten Südamerikas und in Patagonienfeuerland, die Südspitze Südamerikas zu vermessen. Das war ein Bereich, da hatte man noch ungenaue Seekarten. Und es war eigentlich ein Vermessungsauftrag. Darwin war als Wissenschaftler, als Gast des Kapitäns dabei, weil sich eben eine unglaublich gute Möglichkeit anbot, diese Reise auch zu nutzen, um eine ganz neue Fauna und Flora zu beschreiben, zu untersuchen. Darwin verstand sich selbst erst eher als Geologe. Er hatte eine besondere Vorliebe für die Geologie, war fasziniert von den Küstenstrukturen. Er hatte seine Bibel mit an Bord. Darwin hatte, bevor er zu dieser Reise auftrat, einige Jahre Theologie studiert, war also ein ausgebildeter Theologe, ein Bachelor der Theologie. Und trotzdem war er kein Gläubiger. Er hatte eine starke Skepsis, wenn er auch formal doch dachte, dass die Bibel im Wesentlichen historisch und so weiter gültig ist. Zu dem Zeitpunkt dachte er das noch. So hatte er doch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Sein Vater war ein Freidenker, der das auch sehr offen aussprach, was damals in England gar nicht so ohne war. In dieser Zeit, wo es eigentlich nicht zum guten Ton gehörte, das kirchliche System doch aktiv mitzutragen, jedenfalls als Mitglied der Oberschicht. Sein Großvater genauso, sein älterer Bruder, ein ganz offener Rebell gegen alles, was er als christliches Dogma verstand. Also er stand schon unter Einflüssen von Leuten, die das sehr offen in Frage stellten. Aber er kannte auch das Gegenteil. Seine Mutter war eine gläubige Frau, starb leider schon, als er acht Jahre alt war. Hier sehen wir mal die Reiseroute von England nach Südamerika, wo sie die meiste Zeit verbracht haben und dann als Weltumsegelung zurück. Was besonders ist auf dieser Route, dass sie besonders viele kleine Inseln besuchten, die auf dem Weg lagen. Und wenn man sich das in der Biologie anschaut, dann sind Inseln, die weit entfernt vom Festland sind, die eine isolierte Tier- und Pflanzenwelt haben, die nicht in Kontakt, im Austausch mit anderen Populationen stehen, besonders interessante Forschungsfelder für Biologen. Und viele Erfahrungen, die er da gemacht hat, haben ihm Impulse gegeben zur Ausarbeitung seiner Theorie. Darwin war ein sehr exakt arbeitender Wissenschaftler. Das muss man immer wieder herausstellen. Er war nicht jemand, der fantasiert hat. Hier sehen wir eine Abbildung aus einem seiner Bücher. Das sind alles verschiedene Zähnchen von Mäusen, die er da in Patagonien gesammelt hat. Feldmäuse. Die sehen äußerlich alle ganz gleich aus. Wir würden die vielleicht als nicht geübte Zoologen überhaupt nicht unterscheiden können. Und er hat die aber alle eingefangen, präpariert und dann diese Zähnchen mit einer Sorgfalt gezeichnet. Man kann also tatsächlich jede Säugeart an den Zähnen unterscheiden. Keine zwei verschiedenen Arten haben das gleiche Zahnbild. Das gilt im Prinzip für fast jedes Organ, dass bei ausreichender Detailkenntnis jede Tierart eindeutig unterschieden werden kann. Das ist faszinierend, wie die Schöpfung im Detail solche Unterschiede aufweist. Und er hat das erkannt, hat die benannt, gezeichnet. Nur mal als Beispiel dafür, wie er detailversessen exakt Taxonomie betrieben hat, diese Unterschiede erkannt hat. Dann hatte er auch noch großes Glück bei seiner Arbeit. Er hat sich im ersten Moment im Landgang ein ausgestorbenes Riesenfaultier, Skelett entdeckt und ausgegraben, auch gezeichnet. Er hatte damals auch schon die Möglichkeit, Fotos zu machen, aber eine Zeichnung drückt immer mehr aus, ist mehr wert, lässt mehr Detail erkennen. Also die meisten Sachen selbst gezeichnet, auch zeichnen lassen. Ja, was er bei diesen exakten und genauen Untersuchungen der Tier- und Pflanzenformen entdeckt hat, ist natürlich, dass viele dieser fossilen Formen ganz anders aussehen, als die heute lebenden. Diese Erkenntnis war neu. Fossilien waren damals noch etwas, was ganz neu im Kommen war. Es gibt überhaupt erst größere Fossilienfunde, seit im größeren Maß die Erde aufgebrochen wird. Sei es durch Straßen, Eisenbahnbau, Kohleförderung. Also erst mit der Industrialisierung begann überhaupt der Mensch, die Erdschichten so tief aufzubrechen, dass Fossilien aus tiefer liegenden Schichten erst malig ans Tageslicht kamen. Davor waren praktisch nur fossile Muscheln, Ammoniten und so weiter bekannt. Und dann gab es die ersten Funde versteinerte Säugetiere, Dinosaurier, die dann zu der Frage führten, was ist mit diesen Tieren? Warum sind sie hier in Stein? Wo kommen sie her? Warum gibt es sie heute nicht mehr? Haben sie sich verändert? Sind sie ausgestorben? Was hat dazu geführt? Und so weiter. Hier ist Charles mit seiner Frau Emma. Kurz nach seiner Rückkehr nach England hat er geheiratet. Seine Cousine Emma Wettwood. Eine gläubige Frau. Hier sehen wir mal die Biografie von Charles Darwin im Überblick. Sein Medizinstudium hat er abgebrochen nach drei Jahren, weil er gemerkt hat, dass die Medizin doch das ist, was er nicht verträgt. Diese damals noch sehr rabiaten Methoden der Operation. Ihm wurde da vom Zusehen schlecht und er hat gesehen, dass er das nicht durchsteht und hat deshalb dann Theologie studiert. Dann kam die Weltreise mit der Biegel. Aber das hat er abgeschlossen? Das Theologiestudium mit dem Grad eines Bachelors abgeschlossen, ja. Es hätte ihn noch nicht dazu qualifiziert, auch als geistlicher tätig zu sein. Da hätte er dann noch weitermachen müssen. Aber er hat nach der Weltreise gesehen, dass er sich das doch gar nicht vorstellen kann. Er hat dann als Privatier gelebt. Also von den Einkünften, die seine Frau mit in die Ehe brachte, die er auch von seinem Vater bekam, konnte er es sich leisten, nicht einer Erwerbsarbeit nachgehen zu müssen. Er hat dann als privater Forscher gearbeitet. Sie haben zehn Kinder bekommen, Charles und Emma. Drei von denen sind früh gestorben. Dann ist dieses hier das Erscheinungsjahr des Buchs zur Entstehung der Arten. Später dann noch das wichtige Buch zur Entstehung des Menschen, Abstammung des Menschen. Und seine Autobiografie, wo er dann auch die Karten wirklich aufdeckt und beschreibt, wie er den Glauben schon ziemlich früh verloren hat und darin dann immer weiter bestärkt worden ist, dass am Ende die biblische Offenbarung vollständig zurückzuweisen. Das war so offen, dass seine Frau die stark rezensiert hat. Die ist also in einer arg gekürzten Fassung dann erschienen. Und erst 1960 irgendwann ist die ganze ungekürzte Ausgabe erschienen, wo er das also auch so deutlich schreibt. Welchen Zusammenhang er auch gesehen hat für sich zwischen dem, was er entdeckt hat in der Wissenschaft und dem Glauben, dass dieser Widerspruch ihn dazu geführt hat, das abzulehnen. Das ist heute interessant, weil man heute sehr viele Pastoren und Theologen hört, die sagen, das ist überhaupt kein Problem. Evolution und Glauben, die tun sich nichts. Die können ganz gut koexistieren. Darwin jedenfalls hat es völlig anders gesehen. Zu seiner Zeit hat er gesagt, dass für ihn dieser Widerspruch unauflösbar ist und dass für ihn die Entdeckungen, die er gemacht hat, dazu führen, dass er die biblische Offenbarung und er hat gesehen, dass sie zusammenhängt. Er hat das auch als ein Ganzes betrachtet und gedacht, wenn das eine nicht stimmt, dann stimmt das, was darauf aufbaut, auch nicht. Das ist hier so ein Bild aus einem Film, der vor kurzem gedreht worden ist. Der heißt Creation und ist eine Biografie über Charles Darwin. Das ist auch so eine kleine Spitze, ja. Der Titel ist Schöpfung, aber es geht um Charles Darwin. Der hat bisher in den USA noch keine Kinos gefunden, die den zeigen wollen. Das ist ganz interessant. Der ist mit großem Aufwand produziert worden und bisher versuchen die erfolglos, den dort zu vermarkten, weil es eben so eine sehr konservative Grundströmung noch gibt und der Film doch in weiten Stücken auch etwas polemisch ist, ja. Vielleicht kommt er ja irgendwann auch in Deutsch. Würde mich sehr interessieren. Die Darwins zogen dann kurz nach der Hochzeit um in ein Haus, ein Downhaus, etwas außerhalb von London. Das sollte zum Weltkulturerbe erklärt werden. Das ist dann erst mal abgelehnt worden. Ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist. Es ist jedenfalls alles so belassen worden, wie das zu Lebzeiten Darwins war. Sein Studierzimmer, seine Gewächshäuser. Dort hat er dann zurückgezogen gelebt. Er miet jeden Kontakt zur Öffentlichkeit, hat aber über seine Korrespondenz, die über 14.000 Briefe umfasst, in Kontakt mit vielen anderen Gelehrten seiner Zeit gestanden und sich den verschiedensten Fragen zugewandt. Es ist interessant, wenn man das mal betrachtet, was für ein vielfältiger Wissenschaftler Darwins war, wie viele ganz unterschiedliche Bereiche. Er hat die Pflanzen untersucht, sich lange mit Orchideen beschäftigt. Er hat den Regenwurm über Jahre beobachtet und Aufzeichnungen dazu gemacht. Fast alle Säugerarten, Reptilien, Vogelarten, die ihm auf der Reise begegnen sollten, hat er erfasst, gezeichnet, beschrieben. Das erste größere Werk, was er rausbrachte, war eine Monografie, vier Bände über die Zerapedien, die Rankenfußkrepze. Wenn man das so sieht, diese ganzen Abbildungstafeln, da kann man sich das Gähnen nicht verkneifen. Das sind alles solche Bilder, aber wirklich haufenweise. Und das sind diese vier Bände, das sind Bände zu 500 Seiten. Zwei Bände beziehen sich auf die lebenden Arten, zwei Bände auf die fossilen. Er hat also ein Thema wirklich mal komplett erschlossen und sich damit aber einen Ruf erworben, als ein Taxonom, der nicht so schnell aufgibt. Zehn Jahre zu arbeiten, an diesem Werk, was diese Tiere sind, man möchte fast sagen, bedeutungslos, das Ökosystem natürlich nicht, aber für den Menschen, wen interessieren Rankenfußkrebs? Dabei hat sich einfach dieses Thema vorgenommen und das durchgezogen. Zehn Jahre lang. Ich habe gleich mal eine Abbildung, dann werdet ihr alle sehen, dass ihr die Rankenfußkrepze kennt. Wenn ihr Borkum-Fahrer seid, wie ich hier zum größten Teil höre, die sitzen überall auf den... Ich habe hier ein Foto aus Holland, vor zwei Jahren, ja? Die haben einen weißen Überzug und man denkt, das sind Muscheln, aber es sind Krebse, sessile Krebse, also die sind nicht beweglich, die haben sich da fest angesetzt. Seepocken ist eine andere Bezeichnung dafür, genau. Rankenfußkrebsse, Serrapedia ist die wissenschaftliche Bezeichnung. Seepocken ist so der landläufige Name dafür. Seepocken, ja, Eto. Ja, und die gibt es eben, die sind weltweit verbreitet, sowohl fossil als auch rezent als lebende Art und er hat sich die von überall her schicken lassen und die exakt die Unterschiede verglichen und dabei aber auch immer wieder die Entdeckung gemacht, erstens, es gibt überall Unterschiede. Die aus Neuseeland sind anders als die aus Australien, die sind völlig anders als die aus Südafrika. Wie kommt das? Warum ist die gleiche Art? Sollte der Schöpfer, die in Südafrika hingesetzt haben, ein bisschen anders als die? Wie kommen diese Unterschiede? Warum sind die Fossilen etwas anders? Warum sind die Fossilen aus der Schicht anders als aus der Schicht? Der hatte diese ganze Thematik bei der Beschäftigung mit so einer Art wirklich mal erfassen können, ja, weil er sich einen Überblick verschafft hat, global und zeitlich, ein Querschnitt, dafür war das sehr gut, eine gute Grundvoraussetzung, sich mal eine Art vorzunehmen und nur hier zu sehen, wie groß ist diese Variation. Er kam bei dieser Beschäftigung dann immer wieder dahin, dass er gedacht hat, eine Schöpfung, so wie die Bibel sie beschreibt, die steht im absoluten Widerspruch zu dieser Vielfalt, die ich hier wahrnehme. Es muss anders gewesen sein, es muss eine Entwicklung da gewesen sein. Diese Lehre von der Konstanz der Arten, wo wir gleich noch drauf kommen, wie er das im Theologiestudium vermittelt bekommen hat, Gott schuf die Arten und seitdem sind sie so vom Beginn der Schöpfung an, das kann nicht stimmen. Und das hat er seiner Frau dann auch, haben wir gestern Abend schon darüber gesprochen, ja kurz nach seiner Hochzeit gesagt, dass er eben denkt, dass die Bibel grundsätzlich Irrtümer aufweist und nicht wahr sein kann, auch weil sie aufeinander aufbaut, dass die gesamte Urgeschichte so nicht gewesen ist und dass er auch denkt, dass die biblischen Wunder und das alles nicht dem entsprechen, was historisch wahr ist und seine Frau hat ihm dann diesen langen Brief geschrieben, aus dem ich gestern schon etwas zitiert habe und er schrieb darunter die Worte When I'm dead, know that many times I've kissed and cried over this. Charles Darwin, das heißt, er hat gesehen, dass da etwas zwischen ihnen stand, was sie nicht würden überwinden können und er schrieb ihr darunter, wenn ich tot bin, sollst du wissen, dass ich über dieses, was uns hier trennt, kissed and cried, das ist ein englischer Ausdruck, geweint habe, getrauert habe, aber doch sehe, dass ich daran nichts ändern kann, ja. Das war hier Emma Darwin, Alter von 55 Jahren und in seiner Autobiografie, der Seite, wo er schreibt, über Religious Doubts, also Zweifel am Glauben, da erwähnt er diesen Brief von ihr, Ma'am, the beautiful letter she wrote to me shortly after our marriage, also Erinnerung der wunderbare Brief, den sie mir kurz nach unserer Hochzeit schrieb, da macht er einen Rückblick darauf, wie er den Glauben schrittweise verloren hat. Was da mit zu beitrug ist, Leid, was er persönlich erfahren hat, er ist seit seiner Weltreise krank gewesen, es ist bis heute unklar, was das genau für eine Erkrankung war, ob er sich da irgendwo eine Tropenkrankheit eingefangen hat, er litt jedenfalls permanent an Kopfschmerzen, Unwohlseinblähungen, konnte oft tagelang das Bett nicht verlassen, hat ihn also für den Rest seines Lebens begleitet, diese unbenannte, undiagnostizierte Krankheit. Und dann hat er eben die drei Kinder verloren, am schwersten getroffen hat ihn der Tod seiner Tochter Annie. Anne Elisabeth Darwin starb im Alter von zehn Jahren, und sie hat sehr gelitten, bevor sie gestorben ist, und das hat ihn unheimlich mitgenommen, das hat für ihn auch zu der Frage geführt, wie kann ein gerechter, ein gütiger Gott das Leid zulassen, und das schien ihm ganz gut zusammenzupassen, mit dem, was er in der Natur auf Schritt und Tritt beobachtete, das Fressen der Tiere, die Grausamkeit, die vorherrscht, wenn man mal genauer hinschaut, er war als junger Mann beeindruckt davon, wie der Theologe Pele das beschrieben hat, dass die ganze Welt Gottes Frieden atmet. Er beschrieb das sehr plastisch, wenn man an einem Sommertag rausgeht, und die Schmetterlinge und Vögel sieht, und wie alles aufeinander angewiesen ist, zusammenarbeitet, dann müsste man noch davon, von dem Zeugnis beeindruckt sein, dass der Schöpfer eine gute und vollkommene Schöpfung geschaffen hat. Und Darwin ging mehr ins Detail und sagte, wenn man genauer hinschaut, ist es genau das Gegenteil. Es ist ein ständiger Kampf, ein Fressen und Gefressenwerden. Das ist doch die wirkliche Schöpfung. Und wie passt das zu dem Bild, was die Bibel uns vermittelt, von einem Gott der Liebe, der Güte, wie passt das zusammen, dass Gott auch dieses Leid zulässt im Leben Einzelner. Ein Kind, was wirklich für ihn so der Sonnenschein war, wo er die meiste Freude dran hatte, wo er die beste Beziehung zu hatte, Alter von zehn Jahren, die so über Monate qualvoll, stirbt. Das hat ihn sehr hart getroffen und weiter erschüttert. Er hat also von da an wirklich auch sehr aggressiv dann begonnen, das Christentum anzufechten. Bis davor hat er sich sehr zurückgehalten, aber da war für ihn irgendwie der Bann gebrochen, dass er doch verbittert war. Das ist der Grabstein. Diese Jesusfische, kennen wahrscheinlich alle, sind an Autos häufig zu finden, so als Zeugnis, ich bekenne mich zu Jesus Christus. In den USA tobt schon seit einigen Jahren ein sogenannter Fischkrieg. Da ist ein Gegensymbol dazu entwickelt worden, der sogenannte Darwinfisch. Es ist also da sehr populär, dass man, wenn man eben ablehnend dem Ganzen gegenübersteht, sich als Zeichen dafür diesen Fisch aufs Auto macht. Der hat im Gegensatz zu dem Jesusfisch die Füßchen, ist also etwas höher entwickelt, soll deutlich machen, die christlichen Dogmen. Da gibt es noch eine Weiterentwicklung zu, das ist nicht der letzte Stand. Und oft dann auch mit dem Namen Darwinfisch. Also es wird in der Öffentlichkeit, das nur um das etwas zu illustrieren, doch weithin so wahrgenommen, dass Darwin als Speerspitze eines neuen Denkens gesehen wird, die sich doch gegen die christliche Botschaft richtet. Da gibt es in verschiedensten Abwandlungen und Ausführungen. Viele kennen vielleicht auch diese Armbänder mit dem WWJD, What would Jesus do? Und als Gegenstück, als Spitze dagegen, gibt es hier diese Sticker und Aufkleber und Fische mit dem What would Darwin do? Eben die Frage. Was würde Darwin jetzt antworten? Er würde sagen, Natural Selection ist alles ein natürlicher Prozess, der Beste überlebt. Es gibt keine anderen Antworten. Wenn du dich auf ein Jesus, auf etwas Transzeszentes verlässt, dann bist du ein armer Kerl. Du musst wissen, die Realität ist Natural Selection. Es gibt nur die natürlichen Abläufe und Prinzipien, nichts darüber hinaus. Du solltest dich lieber fragen, was würde Darwin tun? Was würde er dir antworten? So, dass der Naturalismus eben. Ja, dann gibt es hier die verschiedensten, die da noch weitergehen und diesen Kampf da illustrieren. Die Aufforderung Evolve, entwickle dich weiter mit dem Werkzeug in der Hand oder als Support Science. Ich befürworte, unterstütze die Wissenschaft. Das ist hier eine Karikatur, die spielt an. Left Behind ist der Titel eines amerikanischen Films, wo es um die Entrückung geht. In dem Film Left Behind sind die, die zurückbleiben, die unerlösten Menschen. Und hier wird es genau andersrum gedreht. Die Zurückgebliebenen sind die, die sich nicht weiterentwickelt haben. Dann gibt es natürlich auch, wie immer, die Bemühungen, das positiv darzustellen. Es ist kein Gegensatz, ja. Vertragt euch, findet das Gemeinsame. Thank God for Evolution, heißt dieser Homepage. Eben theistische Evolution. Die Vorstellung, dass alles, was die Wissenschaft über Evolution sagt, wahr ist, dass wir es eben so betrachten können, dass Gott als Schöpfer derjenige ist, der Evolution als Schöpfungsmethode. verwendet. Der also im Hintergrund trotzdem die Fäden zieht, der sich nicht sehen lässt, aber doch Evolution benutzt, um zu seinem Ziel zu kommen. Gut, dann gibt es natürlich auch da die Replik, ja. Was mir ganz gut gefiel, ist der hier. Der trägt die Beschriftung Legs that mock, have knees that will bow. Das heißt, die Füßchen, die verspotten sollen, haben doch Knie, die sich beugen werden. Denn, in dem Namen wird, Jesu wird jedes Knie sich beugen. Einmal. Das heißt, dass am Ende doch erkannt werden muss, dass die Bibel, dass Gottes Offenbarung die Wahrheit war. Ja, hier ist ein ganz anderer Fisch, der Blobfisch. Er ist vor 25 Jahren entdeckt worden, diese Art. Unglaublich hässlich. Blobfisch. Egal, wie man den abgebildet sieht, der bleibt hässlich. Ich denke, es ist ein guter Speisefisch, soweit ich gehört habe. Ich habe ihn noch nicht probiert. Wo ist der entdeckt worden? Der ist ein atlantischer Fisch, ich glaube, offen im Meer. Der ist kein Küstenbewohner. Ich wollte ihn einfach, um mal zu sprechen zu kommen, auf die Vielfalt der Arten. Wenn wir jetzt darauf kommen, was ist die Lehre Darwins? Was lehrte Darwin? Wie gesagt, er hat gelehrt bekommen in seinem Theologiestudium, was damals Standard war, Konstanz der Arten. Es ist Sünde, zu denken, dass Arten veränderlich sind, denn wir lesen in der Bibel, Gott schuf die Tiere nach ihrer Art, also müssen wir davon ausgehen, die Arten, so wie wir sie heute vorfinden, sind von Gott geschaffen worden. Gut, dass das nicht wahr sein konnte, hatten schon viele Zeitgenossen Darwins begriffen. Die Züchter wiesen selbst nach, mit dem, was sie taten, dass sie Arten sehr wohl verändern konnten, und zwar in gewaltigem Ausmaß. Darwin kannte das zum Beispiel von Taubenzüchtern. Er hat sich sehr intensiv mit der Felstaube und der Ringeltaube beschäftigt und konnte sehen, wie Züchter in wenigen Generationen, in wenigen Jahrzehnten, da Kreaturen erschaffen, die keine äußere Ähnlichkeit mehr hatten, fast mit ihrem Ausgangsprodukt, die Körperanhänger hatten von gigantischem Ausmaß und so weiter. Er hatte einen Eindruck davon bekommen, was durch menschliche Zucht möglich ist und was lag jetzt näher, als der Gedanke, dass genau das, was ein Züchter tut, geplant, gezielt, willentlich, mit seinen Zuchtobjekten, dass das in der Natur ständig und überall stattfindet. Und so weit war das konsequent. Er hat dann ja, wie gesagt, auf seiner Weltreise sehr viele Inseln besucht. Lange haben sie sich bei den Galapagos-Inseln aufgehalten, die eine ganz einzigartige Tier- und Pflanzenwelt aufweisen. Und wenn man heute von Darwin liest, dann sehr häufig im Zusammenhang mit den Galapagos oder Darwin-Finken. Die haben zu der Zeit, als er die Selektionstheorie ausgearbeitet hat, noch gar keine Rolle gespielt. Er ist hinterher darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Tiere unterschiedlich sind und konnte auch nicht mehr klar sagen, welche von welcher Insel kamen. Aber heute gelten sie als das Paradebeispiel für beobachtbare und schnell ablaufende Evolution. Halt eine Finkenpopulation, die sehr unterschiedliche Schnabelformen aufweist, ist offensichtlich geeignet für verschiedene Nahrungsquellen. Diese Skizze ist das erste, was wir in Darwins schriftlichem Nachlass finden, wo diese Abstammungstheorie mal so skizziert ist. Aber es ist nicht so, dass für Darwin dieser Gedanke völlig neu war. Schon sein Großvater Erasmus Darwin war wie sein Vater ein Arzt, aber auch ein Wissenschaftler, hatte die Idee gehabt, dass alle Lebewesen von niederen Formen, er dachte dabei an einfache Muscheln, abstammen. Er hatte das ausführlich beschrieben in einem Buch, Zoonomia, das ist der Titel. Und das war praktisch schon eine Kurzfassung der Selektionstheorie. Er hatte allerdings noch keine Ahnung, wie es zu diesen Veränderungen kam. Er hat das einfach als Theorie, als Spekulation mal formuliert. Und Darwin ist mit diesem Denken schon groß geworden. Sein Vater hatte ähnliche Vorstellungen und sie hatten alle nur noch nichts in der Hand, das Ganze irgendwie wissenschaftlich zu untermauern. Das sind nochmal diese verschiedenen Finkenarten. und man sieht, dass die Schnäbel verschieden sind, die Lebensräume sind verschieden und die Nahrungsquellen sind verschieden. Und Darwin fragte sich jetzt, hat Gott die verschiedenen Finken alle hier auf der Insel und nur hier geschaffen, irgendwo sonst in der Welt? Oder könnte es nicht doch sein, dass ein Fink irgendwann hier hin verschlagen wurde auf die Insel und alle Finken von diesem Gründer abstammen und sich nur an verschiedene Lebenssituationen angepasst haben? Und tatsächlich ist das ein Beispiel, was heute auch auf der Ebene der Gene, der Molekularbiologie gut untersucht ist, dass man sehen kann, dass es da eine Form gibt, die optimiert ist für Körner, für Samen und dass alle anderen Schnäbel genetisch davon abgeleitet werden können, durch Verlust oder Verdoppelung von Genen, die dieser Vorfahr alle besessen hat. Man kann also mittels dieser molekularbiologischen Daten nachvollziehen, wie sich da eine Gruppe von Finken auseinanderentwickelt hat. Darwin ging dann in diesem Denken weiter und verglich auch nicht nur Tiere innerhalb von Arten, sondern mal quer weg über alle möglichen Lebensbereiche. Hier finden wir einen wasserlebenden Säuger, einen landlebenden Säuger, einen an die Luft angepassten Säuger, über die Fledermaus und einen Vogel mal im Vergleich. Und Darwin fiel auf, dass diese Knochenstrukturen, auch wenn die sehr verschieden ausgeprägt sind, doch auf ein gemeinsames Grundschema zurückgeführt werden können. Und er fragte sich, ob das nicht widersinnig ist, dass der Schöpfer für die verschiedensten Gliedmaßen, die in so unterschiedlichen Zusammenhängen zum Einsatz kommen, immer den gleichen Grundbauplan verwendet. Warum? Er meinte darin, einen Hinweis zu sehen, Ähnlichkeit durch gemeinsame Abstammung. Und grundsätzlich sind diese beiden Deutungen irgendwie naheliegend. Wenn man dieser Evolutionsdenkweise folgt, dann sehen wir, dass diese Ähnlichkeiten, die erkannt werden und geordnet werden können, gedacht werden können als gleiche Abstammungsvoraussetzungen, die also dann variiert wurden. Wir können aber auch dahin gehen, dass wir von vornherein den Schöpfer gedanklich mit einbeziehen und sagen, warum sollte es nicht Schöpfungsmethode Gottes sein, gleiche Grundbaupläne in unterschiedlichen Zusammenhängen zu verwenden. Zeugt das nicht sogar von einer gewissen Konsequenz, Logik, die unserem menschlichen Denken auch entspricht? Wenn wir uns vorstellen als Konstrukteure, dann sehen wir da Parallelen zu, dass auch ein Konstrukteur gewisse Vorlieben hat oder gewisse Dinge als optimal erkannt hat und die dann für verschiedene Anwendungen anpasst. Also gar nicht so fernliegend, wenn man nur von einem ganz anderen Startpunkt mal ausgeht, an die Frage herangeht. Jedenfalls kam er durch diese Überlegung zu der Theorie einer gemeinsamen Abstammung, Höherentwicklung aller Lebensformen aus einfachen Vorgängern. Er ging nicht so weit, die Frage zu stellen, wo kam denn das Leben ursprünglich her. Er sagte, über diese Frage zu spekulieren, das ist genauso wie über den Ursprung der Materie zu spekulieren. Das sind Dinge, die liegen im Dunkeln und in der zweiten Auflage seines Buchs geht er sogar so weit, dass er sagt, dass der Schöpfer einer oder mehrerer Urformen den Lebensodem eingehaucht hat. Man weiß nicht, ob ihn da jemand bearbeitet hat, ob das ein Zugeständnis ist an eben diese Lücke, das konsequent doch auf irgendeinen Ursprung fortzuführen, denn er hat insgesamt überhaupt nicht die Frage behandelt, Schöpfer oder nicht Schöpfer, er hat einfach seine Schlussfolgerungen gezogen, auch seine Beobachtungen und das vorgestellt und dann kam er doch dahin, dass er gesagt hat, dieser Ursprung des Lebens ist etwas, was so im Dunkeln liegt, gut, da lassen wir den Schöpfer gelten. Er hat den Lebensodem irgendwie eingehaucht und ab da kann ich was dazu sagen, wie es entstanden ist, die Vielfalt des Lebens. Und das ist interessanterweise bis heute der Stand der Wissenschaft, dass niemand der Wissenschaftler bis jetzt in Anspruch nimmt für sich eine plausible Erklärung zu haben für den Ursprung des Lebens. Kommen wir heute Abend noch etwas näher drauf auf dieses Thema, dass das eine Sache ist, die nach wie vor völlig im Dunkeln liegt. Ne, morgen kommen wir da rauf. Hier ist noch ein kleines anderes Beispiel für Arten, die in kurzer Zeit sich sehr stark verändern. Und zwar sind das die Barsche in den ostafrikanischen Seen. Das ist hier der Viktoriasee. Wer heißen die anderen? Albertsee. Da sind jedenfalls einige Seen. Interessant daran ist, dass man von der Geologie her sagen kann, dass es junge Seen sind, sie sind vulkanischen Ursprungs, stehen nicht in Kontakt mit dem Meer, sind also Inselbildungen. Und da gibt es jetzt in jedem dieser Seen, die auch voneinander isoliert sind, interessanterweise genau gleiche Typen von Barschen, die eben sich spezialisiert haben auf unterschiedliche Räume in diesem Nahrungsangebot. Es gibt einen, der kratzt die Felsen ab, kratzt da die Algen und den Besatz runter. Es gibt einen, der pickt Insekten. Es gibt einen, der gräbt im Boden hier, der Digger, ja. Es gibt einen, der frisst Schnecken und Muscheln, der Mollusk-Crusher. Dann gibt es einen, der fängt kleine Tierchen aus dem Wasser, Zooplankton und so weiter. Interessant, in jedem dieser Seen, die völlig isoliert voneinander sind, findet man im Prinzip die gleiche Vielfalt von Tieren, die sich an diese verschiedenen Räume angepasst haben. Ein super Beispiel dafür, dass das tatsächlich stattfindet. Es kam irgendwie der erste Barsch dahin und dann findet eine Diversifikation, eine Anpassung, Spezialisierung statt, sodass jede Nische hinterher gefüllt ist mit einem, der genau dafür optimiert ist. Das kann heute überhaupt keiner mehr in Frage stellen, dass tatsächlich eine Entwicklung stattfindet. Und man darf das auch ruhig Evolution nennen. Die Frage ist dann tatsächlich, läuft die grenzenlos ab über alle Lebensformen oder gibt es klar definierte Grenzen, die der Schöpfer gesetzt hat. Was wir auf jeden Fall überall beobachten können, ist, dass es bei dieser Entwicklung sogenannte lokale Optima gibt. Es gibt also irgendeinen Zustand, der optimal ist und Entwicklung läuft jetzt so, dass die Selektion von beiden Seiten dahin wirkt, dass dieser Zustand beibehalten wird. Es ist also nicht denkbar, dass ein optimaler Zustand sich in einen total weit entfernten anderen Zustand umwandelt. Es sind immer nur kleinschrittige Veränderungen denkbar. Alles, was darüber hinausgeht, wird durch die Selektion ausgemerzt, weil es nachteilig ist. Der nächste optimale Zustand, ich versuche das gleich noch etwas deutlicher zu machen, in einer anderen Grafik, ist zu weit entfernt. Gut, das überspringe ich hier mal, das ist eine Illustration. Das sind solche Modelle zur Simulation einer Fitness. Fitness ist irgendwie nicht richtig greifbar. Ein Maß dafür, wie gut ein Lebewesen an seine Umwelt angepasst ist. Das ist natürlich was Subjektives, aber es gibt trotzdem die Möglichkeit, Rechenmodelle zu erstellen. Man kann das mit Bakterien ganz gut machen. Die sind ja relativ einfach in dem, was sie an Lebensäußerungen so verfügbar machen, messbar machen. Das ist im Wesentlichen die Nutzung verschiedener Nahrungsquellen und dann kann man gucken, wenn die genetisch verändert werden, verbessert, verschlechtert sich das. Da kann man sowas in der Praxis tatsächlich anwenden. jetzt gibt es zum Beispiel in der Evolutionsvorstellung die klare Maßgabe aufgrund genetischer Daten, aufgrund von Stammbaumvorstellungen, dass zum Beispiel die Fledermaus, ein an die Luft angepasstes Säugetier, ein Flieger und Luftjäger, abstammt von einem Ur-Säugetier. Das ist kaum anders denkbar, denn die Fledermaus weist sämtliche Merkmale eines Säugetiers auf. Da sind das Vierkammerherz, Warmblütigkeit, die Bezahnung und dass sie ihre jungen Leben gebärt und säugt und so weiter. Das ganze Paket Merkmale eines Säugers hat die Fledermaus und doch tritt sie vor etwa 50 Millionen Mal, 50 Millionen Jahren nach dieser geologischen Zeitskala erstmalig auf als komplett angepasste, entwickelte Fledermaus. Es gibt keine Formen dazwischen mit Stummelflügeln oder mit Flughäuten, die einfach so rumschlabbern ohne die nötigen Knochen. Es gibt nichts, was in der Fossilüberlieferung gedeutet werden könnte als eine Zwischenform zwischen diesem Ur-Säuger. Da stellt man sich ein insektenfressendes, baumlebendes Tier vor, ähnlich wie eine Ratte vielleicht heute. Die soll also der Vorfahr gewesen sein. Solche Tiere hat man gefunden, die man so deuten könnte als gemeinsamen Vorfahr der Säuger und dann als nächstes eben eine vollentwickelte Fledermaus. Jetzt ist die Frage, wie dieser Übergang vonstatten gegangen sein soll. Denn die Fledermaus ist so angepasst an ihr Dasein als Flieger, dass es kaum denkbar ist, dass diese ganzen Anpassungen einen Sinn machen in einer anderen Lebensweise. Dass sie da nur störend sein würden. Diese ganzen Änderungen, die also erstmal erfolgen müssen und erstmal noch keinen Vorteil bieten, die führen in das, was man als Teil des Todes bezeichnen könnte. In einen Zustand, wo die Fitness gleich null ist, wo ein Tier nicht überlebensfähig ist. Und diese Problematik macht größere Veränderungen jedenfalls von der Wahrscheinlichkeit und mathematischen Seite her undenkbar. Tiere können halt nicht sozusagen wegen Baustelle, wegen Umbauarbeiten schließen, bis sie ihre Entwicklung abgeschlossen haben. Sie müssen zu jeder Zeit, zu jedem, an jedem Punkt dieser Entwicklung müssen sie voll funktionsfähig und fit sein, um zu überleben. Und wie das gewährleistet sein soll bei so weitreichenden Veränderungen, wie zum Beispiel von dem Säuger, der auf Bäumen lebt, Insekten frisst, zur Fledermaus, die fliegt und Fluginsekten fängt, das konnte bisher noch niemand plausibel darlegen. Darwin hat, wie gesagt, auf seinen Reisen alles, was ihm unter die Finger, unter die Lupe im Schmetterlingsnetz kam, beschrieben, gezeichnet, benannt. Hier zum Beispiel dieser Frosch, Pleuroderma Davinii, ist nach ihm benannt, er war der Erste, der ihn entdeckt und beschrieben hat, in Chile, in den Andenwäldern. Heute heißt er auch noch Darwin-Frosch oder Nasen-Frosch, was interessant bei dem ist, hier sehen wir ihn mal, der sieht hier recht groß aus, aber Darwin hatte in dem Buch die Bemerkung Originalgröße, und das war so ein Buch, kann also nicht allzu groß sein, wenn wir ihn hier mal sehen, so auf einer Hand, ein ganz kleiner Bursche, der Darwin-Frosch. Was bei dem ganz bemerkenswert ist, ist das Brutverhalten. Das Weibchen legt die Eier, das Männchen besamt die Eier, gießt also seinen Samen darüber aus und dann frisst das Weibchen die Eier. Und die Eier werden im Magen des Weibchens ausgebrütet. Der Magen dieses weiblichen Nasenfrosches, heute heißen die Pleuroderma Davinii, Rhinoderma, Pleuroderma war der alte Name, man hat also festgestellt, dass dieser komische Zipfel vorne ein Vorsatz ist, der sich aus der Nasenschleimhaut bildet. So sieht das hier mal im Querschnitt aus. Der Magen dieses weiblichen Nasenfrosches fungiert also zeitweise als Gebärmutter. Und das sind gerade Dinge, die man als Stolpersteine des Darwinismus bezeichnen könnte, weil dieser Übergang zu einer Form, die so eine besondere Anpassung noch nicht hatte und es gibt hunderte Arten von Fröschen, die meisten machen das nicht, sind keine Magenbrüter. Dieser Frosch ist der einzige, der das in der Form macht. Es gibt verschiedene Magenbrütende Arten, ich habe gleich noch eine andere, aber also manche schlucken nur ein Tier, das wird dann schon so groß, dass es den ganzen Magen ausfüllt und es dafür sehr weit entwickelt. Diese Art entlässt die Tiere, wenn sie Kaulquappen sind, die gerade ihre Beinchen entwickelt haben und dann schon relativ selbstständig sind. Es gibt andere Frösche, die brüten ihre Eier aus in ihrer Rückenhaut, da werden die reingedrückt und bilden dann solche, sieht aus wie Warzen, bis dann die Kaulquappen daraus schlüpfen, also ein ganzes Thema für sich, Brutpflegeverhalten von Fröschen. Jedenfalls ist die Frage, wie kann es sein, dass sich sowas entwickelt, ja? Normalerweise kann der Magen nur ganz Magen sein und das bedeutet, dass er gefüllt ist mit scharfen, zersetzenden Magensäften, mit einer Magenschleimhaut, die sich ständig selbst auflöst und erneuert wird. Oder er kann nur ganz Gebärmutter sein, ausgekleidet mit einer weichen Gebärmutterschleimhaut, temperiert, versorgt, ohne Magensäfte und in der Zeit darf der Frosch auch nichts fressen. Das muss also alles absolut getimt sein. Wenn das Weibchen sich nicht vorher durch seine Instinkte geleitet, einen Vorrat anfressen würde, würde es diese Fastenzeit nicht überleben. Wenn es nicht, wenn nicht die Umstellung stattgefunden hätte zu dem Zeitpunkt, wenn es die Eier schluckt, dann würden die Eier verdaut werden, wie alles andere, was der Fros schluckt. Also eine Sache, die einen Hochmaß an Planung, Timing, genetischen Voraussetzungen erfordert und wie sowas schrittweise abgelaufen sein soll, das ist eben überhaupt nicht denkbar. Es sind keine Vorstufen zu konstruieren. Hier ist mal diese andere Art, die brütet die Kleinen aus, bis sie schon so große Frösche sind und kann da nur einen immer nacheinander aufnehmen, hat den Vorteil, dass der schon so fit ist, dass er seinen Feinden schon davon hüppeln kann. Da haben wir noch ein anderes Beispiel aus der Pflanzenwelt. Es gibt Pflanzen, die ihre Wurzeln nicht in den Boden schlagen, sogenannte Epiphyten im Regenwald sehr häufig, also Pflanzen, die auf anderen Pflanzen meistens aufwachsen. Die haben natürlich ein Problem, sie erreichen mit ihren Wurzeln eben nicht den Boden, können keine Nährstoffe, Mineralien aus dem Boden aufnehmen. Manchen reicht das, was sie über das Wasser bekommen, aber größere Pflanzen, denen reicht das nicht. Einige davon sind dann parasitisch, zapfen ihre Wirtspflanze an, aber es gibt auch andere Lösungen. Das hier sind Zeichnungen einer Pflanze, die Ameisenpflanze genannt wird. Ein Epiphyt, der auf anderen Pflanzen aufwächst, aber eben nicht parasitisch, sondern er benutzt sie nur, um Halt zu finden. Sie hat eine andere Methode, sich die Mineralien zu verschaffen. Hier sehen wir das nochmal. Und zwar bietet sie in der Knolle, die da unten zu sehen ist, ein perfekt eingerichtetes Eigenheim für Ameisen an. Was wir hier sehen, diese ganze Struktur, die dem Aufbau eines typischen Ameisennestes entspricht, also verschiedene Kammerngänge und so weiter, was die Ameisen so brauchen. Das haben nicht die Ameisen gemacht, sondern das bildet die Pflanze vollkommen fertig und wartet dann nur noch darauf, entdeckt und bezogen zu werden. Das ist also irgendein Ameisenspeher, der entdeckt diese Knolle und meldet das und dann zieht da ein ganzes Ameisenvolk rein. Eine Symbiose, wo beide Partner vollständig darauf angewiesen sind. Sogenannte obligate Symbionten. Das heißt, es geht für sie nicht anders. Die Ameisen haben überhaupt keine Ahnung, wie bauen wir selber ein Nest. Die wissen nur, wir müssen irgendwo eine Ameisenpflanze finden, da können wir dann einziehen. Und die Ameisenpflanze, die geht nach kurzer Zeit ein, wenn keine Ameisen darin siedeln und sie mit Nährstoffen versorgen. Zwei Partner aus ganz verschiedenen Lebensbereichen, ein Insekt und eine Pflanze, die aber zusammengehören und alleine nicht existieren können. Wie kam es dazu? Wie fand so eine, es gibt das schöne Schlagwort der Synchron-Evolution, aber wie das in der Praxis ausgesehen haben mag, das ist wirklich ein großes Rätsel und auch im Modell bisher nicht erfassbar. Hier sehen wir das, ja, diese ganzen, die Pflanze will eigentlich nur den Kot der Ameisen. Die richten eine Abfallkammer ein, da kommen die Gefallenen rein und die Exkremente und die Nahrungsreste und was die sonst an Müll haben und das reicht der Pflanze schon aus für die nötigen Nährstoffe. Ansonsten bietet sie den Ameisen den Schutz und die verteidigen sie auch noch netterweise gegen Fressfeinde. Im eigenen Interesse natürlich, aber eben eine Symbiose bedeutet, dass beide Partner maximal profitieren. Und die Ameisen laufen sich zum Boden runter und versorgen sich? Ja, die Ameisen gehen normal auf Jagd. Die leben als räuberische Ameisen und versorgen mit dem, was sie eben heranbringen, dann auch die Pflanze. Ja, da gibt es jedes Thema ist immer nur so ein Aufhänger. Wenn wir das hätten als Thema Symbiosen zwischen Ameisen und Pflanzen, gibt es hunderte. Bekannt sind die Akazien zum Beispiel, bestimmte Akazienarten, die haben hohle Dornen, da ist ein kleines Loch drin und das dient Ameisen als Eingang und die haben hohle Stänge, wo dann Ameisenvölker sich ansiedeln und die verteidigen sie auch gegen Fressfeinde. Sobald da irgendwie eine Giraffe kommt oder was, in wilder Walden stürmt die ganze Ameisenbrut aus den Löchern und fällt über die Giraffe her, die dann schnell wieder verschwindet. Also, das ist immer das Verrückte, wenn man ein Thema mal anfängt, dann sieht man, da steckt ein ganzes Universum hinter, hinter diesem einen Schlagwort. Ja, es ist so vielfältig. Ja, wenn wir uns fragen, wie kann das denn schöpfungsmäßig gedacht werden? Ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, stimmt, was in der Bibel steht, Gott schuf die Tiere nach ihrer Art, dann kommen wir dahin, dass diese Artvorstellung tatsächlich mehr umfasst, als das, was wir heute Bio-Spezies nennen, biologische Arten, dass es so etwas sein muss, was sehr vielfältig und entwicklungsfähig ist. Dass Gott also in dem, was er schuf, in das, was er schuf, die Fähigkeit hineinlegt, sich anzupassen, in die verschiedensten Richtungen aufzuspalten. Dass also in diesen Grenzen einer von Gott geschaffenen Art das entstanden ist, was wir heute als zum Teil äußerlich auch sehr unterschiedliche Arten entdecken und benennen. Dass man also von Grundtypen sprechen kann. Und der Unterschied zu dem Evolutionsmodell ist, dass hier davon ausgegangen wird, es begann mit sehr einfachen Formen, mit sehr wenig Information und dann wurde eben durch Mutation, wurde das mehr und hat sich dann aufgespalten. Es kam immer mehr hinzu, es wurden neue Eigenschaften erworben. Und bei der Schöpfung gehen wir davon aus, bezogen auf eine Art, nicht auf die gesamte Tierwelt, dass Gott Arten mit einer riesen Informationsfülle geschaffen hat, die dann in verschiedenen Umwelten und Lebenssituationen sich aufgespalten haben, was aber eine Verarmung bedeutet. Wo also auf Kosten dieser genetischen Vielfalt reduziert wird unter einem Anpassungsdruck. Und genau das ist das, was wir bei der Zucht auch beobachten. Wenn wir heute Hochleistungssorten haben und es ist egal, wo das ist, ob das Hochleistungsrennpferde sind oder Weizen oder Getreidesorten oder Nahrungsmittel genutzte landwirtschaftliche Erzeugnisse, das bringt Probleme mit sich. Die Spezialisierung auf einen bestimmten Aspekt, zum Beispiel auf möglichst viel Frucht, die bedeutet einen Schnitt in anderen Bereichen. Die Pflanzen werden anfälliger gegen ihre natürlichen Feinde, die Pflanzen werden zum Teil gar nicht mehr in der Lage, sich selbst vorzupflanzen, da muss der Mensch dann unterstützen und so weiter. Hier ist das Beispiel des Kohls. Sämtliche heute uns bekannten Kohlsorten, die wir essen, gehen zurück auf den Wildkohl hier. Brassica, das ist eine Pflanze, die sieht äußerlich ähnlich aus wie der Raps. So eine gelbblühende, etwa so hohe Blütenpflanze, hat nichts gemeinsam vom Erscheinungsbild her mit dem Kohl, den wir kennen. Man könnte so einen Blumenkohl mal aufblühen lassen, dann sieht man, dass er ganz viele kleine gelbe Blüten hat. Aber ansonsten hätte man überhaupt keine Ahnung, wenn man das jetzt nicht wüsste durch die Geschichte der Zucht, dass die überhaupt was miteinander zu tun haben. Der wurde halt immer auf verschiedene Merkmale hin selektiert, mit jedem Zuchtvorgang, mit jeder Generation. Wenn man immer die raussucht, die die dicksten Blätter haben, da hat man hinterher so einen Wirsing, der nur noch aus Blatt besteht. Da ist fast nichts anderes mehr dran. Wenn man nur die raussucht, die die dickste Sprossachse haben, da hat man hier so einen, wie heißen die noch? Kohlrabi, der nur noch Sprossachse ist, als dicke Knolle und so weiter. Wenn man die mit den meisten Blüten immer raussucht, hat man Blumenkohl, das ist fast nur noch Blüte hinterher. Aber keiner von denen ist mehr in der Lage, sich natürlich fortzupflanzen. Das heißt, unter natürlichen Bedingungen werden die alle nicht überlebensfähig. Nur unter menschlicher Zucht können sie genutzt werden und sind also reine Kunstprodukte. Aber sie zeigen auf eine interessante Art, wie weit dieses Spektrum reicht, was da in der Pflanze drinsteckt. Man könnte aus keinem dieser Sorten wieder einen Wildkohl züchten. Aber der Vorgang andersrum, aus dem Wildkohl jede dieser Zuchtsorten hervorzubringen, wäre jederzeit wieder möglich, mit der nötigen Geduld eines Züchters. Und zwar innerhalb weniger 100 Jahre. Ich glaube, man rechnet 250 Jahre in der Geschichte, dass diese Kuhlsorten, so wie wir sie heute kennen, gezogen worden sind. Und mit den Hunderassen ist das ähnlich. Da kann man auch durch die historischen Dokumente ganz gut nachvollziehen, dass sie fast alle erst in jüngster Zeit entstanden sind. Und sie sind sehr unterschiedlich. Und auch unter natürlichen Bedingungen nicht mehr paarungsfähig, was ja heute ein Kriterium ist für die Bio-Spezies. Zum Beispiel ließe sich so ein Chihuahua nicht mehr mit dem Bernadiner verpaaren, weil die einfach ganz unterschiedlich dimensioniert sind. Der Bernadiner ist anatomisch nicht mehr in der Lage zu diesem Paarungsakt. Damit entsprechen sie der Artdefinition, biologisch. Und trotzdem ist klar, dass die beiden von einem gemeinsamen Vorfahren aus gezüchtet worden sind. Also das Grundtypenmodell, jetzt mal an diesen beiden Beispielen, sieht da nicht so aus, wie das, was der Darwin gelehrt bekommen hat, dass jede Art wirklich so ganz eingeschränkt gesehen wird, sondern dass wir sehen, dass Gott schon etwas geschaffen hat, was tatsächlich jeder Umweltveränderung gerecht werden konnte durch Anpassung. Was enorm variabel ist. Das ist nochmal so in dieser Grafik hier der Unterschied. Und trotzdem ist nötig, um das festzuhalten, wie wir heute Morgen gehört haben, der Glaube, dass wir Gott darin vertrauen. Man kann natürlich auch sagen, also gut, wir haben heute noch viele Fragen und wir werden noch Antworten finden. Die Forschung geht weiter und irgendwann haben wir es geknackt und uns immer darauf verlassen, dass irgendwann ein Fortschritt, das, was heute noch offen ist, erklärbar macht. Aber man kann auch vertrauen, dass das, was Gott uns offenbart hat, die Wahrheit ist und wie das hier Paulus im zweiten Korintherbrief schreibt, dass wir Vernunftschlüsse zerstören, weil wir eben jeden Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam des Christus. Das bedeutet nicht, dass wir von Gott Scheuklappen bekommen, dass wir nicht selbstständig denken können, aber dass wir uns schon bewusst sein müssen, wenn wir Gedanken nachgehen, die sich offensichtlich gegen das richten, was Gott uns offenbart, dass wir da aktiv uns unter den Gehorsam des Christus bringen, dass wir sagen, es kann nicht sein, dass etwas im absoluten Widerspruch steht zu dem, was Gott uns offenbart hat. Dann denken wir falsch. Dann müssen wir sehen, dass die Bibel das Primat hat. Als Darwin diese Lehre vor 150 Jahren so vorgestellt hat, da gab es viele Faktoren, die das begünstigt haben. Da gab es einmal die Sache, dass eine Zeit da war, wo sehr viele Entdeckungen ganz neu waren, wo überhaupt die Wissenschaft erst so richtig zu leben begann. Das hat dem ganzen Auftrieb gegeben. Und außerdem war das auch gesellschaftlich sehr gern gesehen, die Vorstellung, dass es eine Höherentwicklung hat, die man auch auf den Menschen anwenden konnte, dass auch nicht alle Menschen gleich entwickelt waren, dass also die zivilisierteren westlichen Nationen, die damals die ganze Welt in Kolonien aufgeteilt und sich untergeordnet haben, dass sie irgendwie im Recht waren, dass das ein ganz natürlicher Vorgang war, dass überall in der Natur sich der Stärkere durchsetzt und dass da überhaupt nichts daran kritisch zu sehen war, dass jetzt die Völker, die am erfolgreichsten sind, auch die ganze Erde unter ihre Kontrolle bringen. Das passte sehr gut in das vorherrschende Denken hinein. Nun fehlte Darwin zur Entwicklung seiner Theorie noch sehr vieles, was heute zur Verfügung steht an Wissen über die Natur. Am hervorstechendsten sind es die Kenntnis der Genetik. Darwin hatte noch überhaupt keine Vorstellung davon, was Vererbung bedeutet, wie das von sich geht, wie diese Information, diese Veränderung, was das auf der Grundlage der Moleküle für eine Basis hat. Das war für ihn ein absolutes Rätsel. Die Biochemie, die Molekularbiologie, Zytologie ist die Lehre von Geweben und Zellen, wie sie sich differenzieren und ausbilden, Embryologie, die Entwicklung vom Embryo zum ausgewachsenen, adulten, Tier, Information, Intelligent und Design, also alles Dinge, die sich heute ganz anders darstellen. Dann sah Darwin selbst schon das Problem, dass er mit seiner Theorie keine Vorhersagen machen konnte. Man konnte im Nachhinein immer sagen, diese Art hat überlebt, weil sie am besten angepasst war, aber das irgendwo daran festzumachen oder zu zeigen, und das ist bis heute ein Problem der Evolutionstheorie, sie kann keine Voraussagen machen und ist daher auch nicht testbar. Das, was in der Genetik dann herausgefunden wurde, zog eigentlich der Theorie Darwins den Boden unter den Füßen weg. Darwin hatte bei dieser Frage lange mit sich gerungen, wie ist das denn denkbar, dass sich so eine Veränderung von Generation zu Generation durchsetzt und zeigt und dass sie fixiert wird, dass sie also nicht verloren geht und er tendierte dann zu den Vorstellungen Lamax und nahm an, dass es etwas gibt, der nannte das Gemulai, Keimkörperchen, irgendwas im Körper, was diese Information über eine nützliche Eigenschaft transportiert in die Keimzellen, dass sie an die nächste Generation weitergegeben werden. Und das ist völliger Unsinn. Das war eine Vorstellung, die lag nah und die ist verständlich, denn irgendwie muss es ja gegangen sein, aber sowas gibt es nicht. Es gibt, Heckel nannte die Plastidule, Darwin nannte sie Gemulai, aber es gibt überhaupt keine Möglichkeit, bestehendes Erbmaterial durch Erfahrungen, die man während seines Lebens sammelt, zu verändern. Es funktioniert anders. Und so bleibt heute als einzige Quelle dieser Veränderung bleiben Mutationen und eben Neukombinationen, aber es kommt nichts Neues hinzu, was durch Erfahrungen gesammelt wird. Das ist ein völlig anderes Bild. Mutationen sind Zufallsereignisse, sie sind primär schädlich für den Organismus und wenn wir wirklich nur die Mutationen als Quelle der Veränderung haben, dann wäre für mich die Frage, ob die Theorie so, wie Darwin sie entwickelt hat, überhaupt sich hätte durchsetzen können. Hier sehen wir, was in einer Zelle passiert, bei der Zellteilung. Das ist eine fantastische Aufnahme hier. Da sind die Zellstrukturen rot eingefärbt, die Chromosomen sind blau gefärbt, hier sieht man das Zentromär, der helle Punkt, der Mittelpunkt des Chromosomen und dann sind die Fasern, die die Chromosomen an beide Zellpole ziehen, sind hier grün eingefärbt. Also bei jeder Zellteilung findet dieser komplexe Vorgang in unserem Körper, der findet stündlich millionenfach statt. Dass eine Zelle sich teilt, dass alle Chromosomen, die wir haben, sich in der Mitte der Zelle anordnen, dann zu beiden Zellpolen hingezogen werden, dann teilt die Zelle sich. Ein unendlich komplexer, gesteuerter Vorgang. Für Darwin war das noch völlig unbekannt, was da in der Zelle abläuft, wie kompliziert und komplex das ist. Und bis heute kann die Entstehung der Bausteine des Lebens nicht einmal diese unterste Ebene, wie Proteine, wie DNA-Moleküle entstehen, nachvollzogen werden, sodass wir reden da nicht mal von der Entstehung von Leben, sondern selbst die Bestandteile des Lebens, die Zucker, Fette, Lipide, sind in ihrer Bestehung bisher, in ihrer Entstehung bisher ein Rätsel. Das sind Proteine. Und selbst die einfachsten Lebewesen, selbst Bakterien, sind ungeheuer komplex in ihrem Aufbau, in ihrer Funktion. Es gibt bis heute keine Theorie, wie das Leben entstand. Hier ist mal so ein Beispiel, auf das wir dann auch noch später zu sprechen kommen, der Bakterienmotor, der gut untersucht ist, was da alles zusammengehört und der in den einfachsten Bakterien, den Kolibakterien, so ein Allerwelsbakterium vorhanden ist. Dann war zu Darwin das Schema von Haeckel populär, der so die Embryonen so dargestellt hat, als ob da kaum Unterschiede beständen. Wenn man sich die von außen anguckt, ist das auch so. Die sind alle klein, die sind alle noch rosig, weil sie noch ungefärbt und pigmentiert sind. Die sind alle etwas gekrümmt, weil wenig Platz da ist. Das ist konstruktiv bedingt. Wenn man die so vergleicht, dann kann man sagen, die sind tatsächlich nicht so unterschiedlich. Aber wenn man die dann mal unter Mikroskop, Schnitte anfertigt, die Zelltypen vergleicht, sieht man, die sind total unterschiedlich. Also diese Gemeinsamkeit, das Argument hat sich sehr stark zerschlagen. Die ist nicht da. Gut, dann gibt es die Sache, die ganz generelle Frage, Information, wie kann die entstehen? Da hat man zu Darwins Zeit auch noch so nicht drüber nachgedacht, weil Information überhaupt noch keine Größe war, die man diskutiert hat. Und dann nochmal zurück zu der Frage vom Anfang. Damit sind wir auch jetzt am Ende. Was ist jetzt? Hätte sie 150 Jahre später entstehen können? Wir haben da gestern am Tisch schon mal kurz drüber geredet. Da sagst du, glaube ich, heute sind die Gegenargumente bekannt, ja, und die Lehre besteht trotzdem noch. Ja, und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, ist tatsächlich die Frage, ich denke, sie wäre natürlich nicht in der Form entstanden, wie zur Zeit Darwins, aber dass die Menschen keine Beweise brauchen, um nicht an den Schöpfer zu glauben, das ist offensichtlich. Das war schon immer so. Vor Darwin hatten sie nichts in der Hand, außer Spekulationen, und haben doch als Freidenker leben können, ohne an den Schöpfer zu glauben. In der Antike hatten sie die Götter dafür, als aufgeklärte Menschen sind die Götter nicht mehr populär, da sind es dann andere Vorstellungen. Wenn die Lehre nicht so entstanden wäre, hätte man wahrscheinlich eine mystische Lebenskraft angenommen. Das ist meistens so der Gegenpol, ja, Wissenschaft und Mystik, die scheinen an ganz entgegengesetzten Polen zu liegen, aber liegen irgendwie doch auch wieder dicht beieinander. Dass man für das, was man nicht wissenschaftlich begründen kann, etwas annimmt, was man bewusst offen lässt, ja, was mystisch bleibt. Irgendein Lebensprinzip, was in der Materie selbst wohnt, oder was auch immer da herausgekommen wäre, wenn wir nicht die Selektionstheorie etabliert gehabt hätten, jetzt in der Geschichte. Aber ich denke, das ist wichtig festzuhalten. Einerseits, Darwins Theorie ist nach dem heutigen Stand der Wissenschaft kaum noch zu vertreten. Und wenn man das verfolgt, wie die Diskussionen sind, dann sieht man, dass viele danach rufen, dass ein ganz neuer Ansatz irgendwo mal her muss, um Makroevolution zum Beispiel plausibel zu machen oder Entstehung des Lebens. Andererseits braucht der Mensch keine Beweise, keine Argumente, um den Schöpfer abzulehnen. Denn das ist eine Frage des Glaubens und des Gehorsams. Alles Glaubens und des Gehorsams. Und jetzt sieht man, dass ein Gehorsams gehen. Vielen Dank.